Hallöchen Wolfsburg! Alles klar bei euch? Ja! Ihr wart jetzt zu gestaunt gerade, ne? Euch geht's wirklich gut. Also, ihr seht auch gut aus. Das ist ein froh sein. Ähm, was ich jetzt fragen möchte. Wisst ihr denn, wie wir heißen? Ja! Ja! Hier haben wir uns mit unserem Fan vier schöne Plakate gemacht für uns. Schön, oder? Voll! Voll schön! Hört mal, wisst ihr denn aber auch, wie dieser Name zustande gekommen ist? Wie ihr auf den Namen Niamatami gekommen seid? Okay, dann erzähle ich euch das jetzt mal. Und zwar, die ersten beiden Hochstaben jeweils von uns. Sie gehen diesen ganzen Namen Niamatami. Das heißt also, das J und das A gehören einer Person von uns. Weiß es dir jemand, dem es gehört? Schreit mal ganz laut den Namen. Jess! Wer ist Jess? Wer ist denn Jess? Ja, Sie! Zeig mal Jess! Applaus für die liebe Jess! Das ist Jess! Applaus für die liebe der Herr Wolfsburg! Ja! Dann haben wir das M und das A. Das gehört? Ja! Wer ist Matt? Ja! Ja! Hier? Nein! Wer ist das hier? Der hier? Der hier? Der Blonde hier unter uns! Der ist voll im Namen! Applaus für die liebe Mad Wolfsburg! Was fehlt denn jetzt noch? Was fehlt denn jetzt noch? Ja! Ja! Tava! Okay, zusammen sind wir in Wolfsburg! Jetzt mal wissen! Wir haben schon nach 12 ne! Also komm! Wie heißen Sie denn Wolfsburg? Tava Tavi! Tava Tavi! Auf wallen!